Traditionell baut Mercedes-Benz diesen Sondertyp eines Automobils, das Coupé. Das neue Mercedes-Coupé zeichnet sich durch besondere Individualität aus. Diese Individualität beweisen die beiden Modelle 380 SEC und 500 SEC vor allem durch ihren ästhetischen Reiz, durch ihr unverwechselbares Design von sportlich klarem Zuschnitt. Der äußeren Form entspricht das Angebot an exklusiver Technik. Das bedeutet der entlastende Komfort, die Sicherheit und die Leistung einer Mercedes-Reise-Limousine. Die beiden Modelle sind mit 3,8 bzw. 5,0 Liter Leichtmetallmotoren ausgestattet. Dabei handelt es sich um bewährte, hochmoderne Triebwerke, die durch Maßnahmen des Mercedes-Benz Energiekonzeptes ihre Leistung jetzt noch verbrauchsgünstiger anbieten. Beim neuen 3,8 Liter Coupé konnte der Verbrauch gegenüber dem Vorgängertyp um 24 Prozent gesenkt werden. Berücksichtigt man noch die Einsparungen, die bereits bei der Einführung der Leichtmetall-V8-Motoren erzielt wurden, so ergibt sich innerhalb von zwei Jahren beim 3,8 Liter Coupé eine Gesamtersparnis von 26 Prozent und beim 5,0 Liter Coupé sogar von 28 Prozent. So ergeben sich zum Beispiel für den Mercedes-Benz 380 SEC die Verbrauchswerte von 10,8 Liter bei 120 Kilometer pro Stunde und von 8,7 Liter bei 90 Kilometer pro Stunde und für den Mercedes 500 SEC von 11,4 Liter bei 120 Kilometer pro Stunde und von 9,1 Liter bei 90 Kilometer pro Stunde. Das Mercedes-Benz Energiekonzept schließt als umfassendes Fahrzeugkonzept ebenso Verbesserungen von Fahrwerk und Getriebe ein. So verfügen beide Coupés serienmäßig über eine Wandler-Viergang-Automatik. Dabei hat der vierte Gang die Charakteristik eines Schonganges mit Overdrive-Effekt. Das Fahrwerk bietet den vorbildlichen Fahrkomfort der S-Klasse-Linousinen. Der kürzere Radstand der Coupés ermöglicht aber eine noch größere Wendigkeit. Dazu trägt auch die Präzision und Leichtgängigkeit der serienmäßigen Servolenkung bei. Im Mercedes Coupé fühlen sie sich auch unterwegs, zu Hause, nicht bloß untergebracht. Das erleben sie besonders eindrucksvoll durch Stil und Atmosphäre des Innenraumes. Spürbar erweitertes Raumangebot sowohl vorne als auch im Fond. Sportlich individuelle Einzelsitze mit Stahlfeder, Kern und Luft durchlässiger Auflage. Komfortabel, um auch auf langen Fahrten nicht zu ermüden. Und straff genug gefedert, um Halt zu geben. Die elektrische Sitzverstellung ist serienmäßig. Mit ihr können die Vordersitze individuell achtfach verstellt werden. Nach dem Schließen der Türen und Einschalten der Zündung werden die Gurte automatisch an Fahrer und Beifahrer herangeführt. Dadurch können die Gurte noch bequemer angelegt werden. Der Luftwiderstandsbeiwert liegt mit 0,34 extrem niedrig. Ein Ergebnis der spezifischen Formgebung auch im kleinsten Detail. Das Resultat? Weniger Verbrauch und kaum Windgeräusche. So hat alles, was das Mercedes Coupé schön macht, Sinn und Nutzen. Es offeriert damit seine Vorzüge einem Kreis von Kennern, die gewohnt sind, zwischen einem Nutzgegenstand und einem Wertgegenstand keinen Trennungsstrich zu ziehen. Das neue Coupé. Das neue Coupé. Das neue Zündung. Das neue Zündung. Das andere Zündung. Das neue Zündung.